So, da war ich auf keinen Fall. Okay. Da gehe ich gleich hin. Erstmal würde ich gerne dahinter schauen. Heilige Scheiße. Wurde das hier eigentlich alles gebaut? Das muss doch ewig gedauert haben. Oh Mann. Alexander, du hast echt keine Hobbys. Vor allem, weil du wahrscheinlich nur zugeschaut hast. Was? Daniel, bitte, du verrätst dich nur. Hey, hi. Gib mir die Zunderbüchse, verdammt. Sie war von meiner Macht versiegelt. Du bist böse. Uh. Da wollte er nicht runter. Von da drüben kam ich ja her. Es ist eine andere Brücke, aber hey, es wird auf die gleiche Seite. Ich traue mich nicht, hier zu laufen. Laufen ist laut. Gut, und laute Geräusche. Ziehen Justin an. Und Seebären. Und See-Rhinocerose. Oder was ist denn der Plural von Rhinozeros? Habe ich noch nie gebraucht in meinem Leben. Werde ich danach sofort googlen. Ich fühle mich ja nicht ganz wohl. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht an der etwas bedrückenden Atmosphäre? Nein, sicher nicht. Ist doch ganz nett hier eigentlich. Man muss immer die positiven Aspekte sehen. Ich meine... Wann ist man schon mal in so einem Ort? Das ist doch ein perfekter Ort für den Familienausflug. Hey. Na? Nächste Folter-Methode oder was ist los? Geh schon mal ein bisschen vom Bildschirm weg. So, ich bin in Sicherheit. Hi. Hallo. Oh. Mhm. Ah. Na? Oh. Oh. Die Rheilung ist gut für die Verwichtung stille während der Procedure. Sie können sich um die Strecke um die Strecke um die Strecke oder einfach um die Strecke um die Strecke um die Strecke um die Strecke. Alle Rheilungen sind von diesem Punkt sehr gut und Sie können die Strecke um die Strecke um die Strecke um die Strecke um die Strecke. Aber die Vorteil der Rheilung sind die Strecke. When you have decided that the victim shall die, you can smash their limbs with a hammer, making them fold in between the frame. But they'll die, too quickly I mean. No, don't worry. The human body is much more resilient. They can survive for days until they finally succumb. Ach, du scheiße. Was ein krankes Spiel. Holy Denne, bist du wahnsinnig? Nö, dir geht es eigentlich sogar besser Dir gefällt das alles hier Aha Ah ja, da ist ja der Hammer Ah ja, ah ja, ah Oh yeah Warum essen hier alle so gern Ketchup? Senf ist doch auch nicht schlecht Erstmal Abstand halten Ich gehe schon mal ein bisschen vom Bildschirm weg So Ist das schön Stück einer Kugel Haben wir schon Drei Gibt das? Okay, ne Gut, äh, berühren Von hier aus Die Gliedma... Oh Gott, ich kann nicht mehr Die Gliedmaßen des Mörders wurden an die Radspeichen gebunden Sie drehten das Rad bewusst langsam Damit sich das Seil fest um sein Bein legte Bis die Knochen knackten Oh Gott Er hatte nicht mehr die Kraft zum Schreien Die beiden Männer nickten sich zu Nahmen einen Hammer und schlugen damit in einem letzten Akt der Gnade auf den Oberkörper Ach Oh Komm schon Das ist nicht lustig Sowas macht man nicht Kann ich Hammer mitnehmen? Kann ich, kann ich... Ach du Quacke, der ist schwer Ach du Scheiße Einige Scheiße Ich rechne jederzeit mit etwas Unangenehme So Jetzt taucht bestimmt wieder Justin auf Die kleine Kackwurst Eigentlich ist das sogar eine große Kackwurst Also drei Teile von sechs Ist ja immerhin Anfang Wir sind ja schon 80% So, ich werde einfach meines Weges gehen Bis ich den Schrei von Justin höre Und dann Sitze ich ganz schnell wieder bei meinem Freund Totenkopf Hehe Jerome meine ich Jerome, hilf mir Ich weiß nicht, was ich tun soll Ich hänge hier fest Und es ist so kalt Ach du Scheiße Ach du Kacke Ne Komm nicht hier vorbei Komm nicht hier vorbei M-m-m Nein 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 Genau, so ist schön Geh einfach weg So, dass ich ihn nicht mehr höre Geh einfach weg Geh einfach weg Einfach Verschwinden Weit weg von hier Ganz weit weg Ach du Scheiße Ich glaube ich habe was gesehen Ich glaube ich habe was gesehen Ach du Heidi Hilf mir Irgendwer Meine Leute Aber ich werde warten Bis die Musik aufhört Das tut mir leid Aber ich kann das einfach nicht Das ist zu viel Oh, das ging schnell Das ist schön Das ging schnell Sehr gut Und hier geht es nirgendwo hin Hey Ja Hm, ganz normal Alles beim Alten Das ist nur Deko Komm ich hier vielleicht rüber Hey, Zanderwüchse Na sowas Ihr steht an den Entlegensten Orten rum Lass mich hoch Lass mich hoch Geht nicht Kann ich vergessen Okay Warum ist hier alles kaputt Das gefällt mir nicht Hat hier etwa Gerät geherrscht Maybe she knows Danny, das hast du bereits erwähnt Maybe she knows Ich dachte gerade Danny hat Panik bekommen Weil da irgendwas stand Hm Hm Das Spiel läuft gerade irgendwie nicht flüssig Was ist da los Du Heiliger Ach du Heiliger Nein, 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 nein Ich bin tot, 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 tot die Eifer weg bitte du bist immer noch da wenn du fröhlich bist, dann klatsche in die Hand wenn du fröhlich bist, dann klatsche in die Hand wenn du fröhlich bist dieses Spiel dieses Spiel ich will raus hier einfach raus hier ach du scheiße, ich zittere gerade ich schäme mich nicht das zuzugeben ich schäme mich überhaupt nicht soll ich soll ich rennen ich glaube ich werde rennen bis zur Tür ich glaube nicht, dass hier noch irgendwas rumliegt einfach durch einfach durch einfach durch einfach durch einfach durch einfach durch oh Gott mein armes altes Herd wieso wieso tust du mir das an wieso sei ein Mann reiß dich zusammen die Leichen sind nicht mehr da hey, alles ganz normal alles easy alles easy die Türen sind auch wieder zu okay, alles alles klar alles gut alles gut hier hangen ja vorher nicht irgendwie zwei Leichen rum nein, das ist das ist das bitte ich mir nur ein das ist alles nur Einbildung alles nur Einbildung ich, 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 ich kann nicht mehr heilige Scheiße es ist zu viel das ist zu viel so geht das hier nicht sowas nicht vereinbart scheiß Spiel so, wir sind wieder hier Agrippa, ich brauche jemanden zum reden ich, ich brauche jemanden zum reden Agrippa lass mich zulabern, wie du willst dieses eine Mal bin ich glücklich darüber ja oh, Gott sei Dank bin ich fertig oh, Gott sei Dank ich bin mit dem Altarum fertig oh, Gott sei Dank die restlichen Kugelstücke können im Querschiff gefunden werden okay ähm es, es kann es kann nur besser werden es kann nur besser werden natürlich nicht es wird immer schlimmer das rede ich mir da eigentlich ein brauchst mir gar nicht schön reden oh, Gott nein kann ich da überhaupt kann da gar nicht dran, okay dann halt nicht aber ich kann einen Stein runterwerfen na okay es ist auf jeden Fall Wasser unten hahaha da gehe ich sicher nicht drunter Schnauze ich mag dich nicht oh ja so, dann würde ich sagen Querschiff und dann mache ich glaube ich Pause für heute oder ich nehme da wahrscheinlich noch weiter auf aber den Part müsste ich beenden ich hätte die Verabschiedung nämlich gerne noch mit drin ich weiß ehrlich gesagt auch nicht wie lange ich aufgenommen habe aber auf jeden Fall lang genug das waren auf jeden Fall mehr als 15 Minuten oh Gott ah au ah wow ich bin ein bisschen klaustrophobisch ich fühle mich sehr eingeengt na gut Leute dann würde ich sagen wir sehen uns beim nächsten Part wieder in Amnese oder Dog die Sendung wird das Querschiff durchsuchen und diese lange Wendetreppe hinaufsteigen macht es gut bis dann ciao bis dann alle auf